Hallo Freunde und Willkommen. In diesem Video geht es darum, wie wir unseren Cisco Access Point über die Webinterface konfigurieren, so dass wir uns auch damit verbinden können und es als eigenständiges Access Point nutzen können. Es ist also eine kleine Ergänzung zu meinem letzten Video, wenn man den so möchte. Als erstes starten wir unseren Browser und geben die IP-Adresse ein von unserem Access Point. In meinem Fall ist die hier. Jetzt müssen wir uns anmelden. Standard User und Passwort. Hier sind Cisco Cisco mit großem C vorne. Wobei der User Benutzername fällt. Hier kann leer bleiben auch. Also einfach nur das Passwort eingeben. Und schon gelangen wir jetzt hier auf der Web-Oberfläche. Genau. Hier sehen wir direkt, dass Ethernet da ist. Allerdings sind die beiden WLAN-Interfaces down. Ja, die müssen jetzt mal hochgefahren werden. Und am besten fangen wir jetzt hier an mit dem Easy Setup. Network Configuration. Einfach draufklicken und als erstes tauchen wir unseren Access Point hier. Ja, wir können hier einen beliebigen Namen, mein AP meinetwegen, vergeben. Dann braucht es eine feste IP-Adresse. Einfach hier anklicken. Die Adresse hier natürlich die IP-Adresse anpassen. In meinem Fall kann so bleiben. Hier können wir noch mal dieses Standard Passwort ändern. Ich lasse das jetzt einfach mal. Und hier die SNMP-Community. Einfach bei mir ist jetzt hier Home vielleicht. Normalerweise steht da glaube ich Default-Community oder sowas. Das ist jetzt nicht erforderlich, aber ratsam das zu ändern. Hier einfach damit nicht der Default-Wert hier steht. Genau. Und einfach auf Apply nochmal bestätigen. Und kurz warten, bis die Seite geladen wird. Neu geladen wird. Äh, das ist jetzt mal die Webby-Dart jetzt ein bisschen mühsam. Ja, das ist ein bisschen träge hier. Die Seite, da brauchen wir ein bisschen Geduld. Ja, wir müssen wirklich warten, bis die Seite richtig neu geladen wurde, damit das alles richtig übernommen wird. Genau. Dann haben wir hier direkt darunter dieses Radio Configuration. Die WLAN-Interfaces sozusagen. Das ist jetzt hier die 2,4 Gigahertz. Also die SSID. Hier, ich nenne das jetzt einfach mal der Obersichtshalber. 2,4 Gigahertz meinetwegen. Dann... WLAN habe ich jetzt nicht. Hier ist nicht nötig. Universitäts-Mod, das disablen wir. Security lassen wir erst mal auf No Security. Da muss erst mal was anderes noch eingestellt werden. Und Rolle hier Access Point wollen wir haben. Extension, Power Maximum. Okay, das kann so bleiben. Wichtig, genau. Äh, die Broadcast SSID. Also die SSID Broadcast quasi. Einfach anklicken und Apply. Nochmal bestätigen und schon haben wir unsere 2 Gigahertz WLAN hier. Dann haben wir hier den 5 Gigahertz. Äh, 5 Gigahertz meinetwegen. Broadcast, Broadcast, Paula Nein. Universal Advent Mode disablen. Security No. Erstmal Access Point. Okay, das passt alles. Einfach auf Apply und bestätigen. Und schon haben wir hier die beiden SSIDs. Als nächstes gehen wir hier auf Security. Ich schaue noch mal ganz kurz SSID Manager, was der sagt. Hier genau die beiden. Hier ist irgendwie... Die 5. Okay, Caps Lock war on. Aber nicht schlimm. Das heißt jetzt 9 % Gigahertz. Okay. Hier haben wir unsere beiden Interfaces. Dann gehen wir hier auf Security. Also unter Security. Encryption Manager. Und enable jetzt hier Cypher. Und hier wählen wir CSID Manager. Und hier wählen wir AES DCMP. Tac, Tac, Tac. Genau, das kann hier alles so bleiben. Hier Apply All. Dann wird das auch Direkt für die 5 Gigahertz Interface... Ja, wir brauchen jetzt hier wirklich, wir müssen jetzt wirklich warten, bis die Seite geladen ist, dass hier, genau, jetzt ist die Seite voll geladen, also wenn wir jetzt hier rumklicken, dann werden wahrscheinlich die Einstellungen nicht richtig übernommen, also wirklich warten, bis es hier erscheint, hier haben wir die 5 GHz, wurde auch mit übernommen, genau, wir haben hier Apply All, Nun gehen wir jetzt wieder zu unserem SSID Manager, beziehungsweise, ja, ok, ja, jetzt nehmen wir unsere 5 GHz, WLAN hier und hier unter Client Authenticated, Key Manager, Key Management Mandatory, Enable WPA, WPAV2, hier einfach das Passwort eingeben, 12345678, soll ja sicher sein, genau, und einfach, hier kann alles so bleiben, erst mal, ja, das sind jetzt, das ist jetzt das Geste, ok, apply und bestätigen, kurz warten, bis das jetzt übernommen wurde, genau, dann nehmen wir unser 2 GHz hier, WLAN, WLAN, VLAN, brauchen wir nicht, und hier wieder das Gleiche, Key Management, Mandatory, Enable WPAV2, gleiche Passwort, jetzt einfach mal, 1245678, ok, alles klar, einfach übernehmen, jetzt hier, apply, und ich denke, das brauchen wir jetzt nicht, das ist jetzt für das Geste, WLAN, genau, und schon haben wir jetzt quasi, unsere Interface ist jetzt soweit konfiguriert, jetzt können wir wieder über Home, hier, und, ach so, das ist schon ab, hier, die 2,4 GHz, und die 5 GHz, die wird wahrscheinlich jetzt auch hochfallen, also dauert immer ein bisschen, können wir einmal refreshen, hier, falls die nicht hochfährt, dann einfach auf die Interface hier klicken, hier, over Settings, da gibt es ja mehrere Wege, wie man das macht, wir machen das jetzt einfach mal so, also auf Interface klicken, dann Settings, und kurz warten, das ist nämlich träge hier, über die CLI geht das ein bisschen schneller, genau, wir gucken jetzt mal, hier, noch ist das nicht vollständig geladen, wir warten bis hier irgendwie, was erscheint, ein Punkt, hm, das dauert ein bisschen, Access Point, ok, genau, jetzt, ja, das müssen wir wirklich abwarten, ist disabled, einfach auf enable, hier anklicken, hier alles so lassen, erstmal alles gut, apply nicht vergessen, nochmal bestätigen, ok, jetzt ist es hier enabled, und, beziehungsweise, genau, jetzt ist, sind die beide, beziehungsweise alle drei hoch, und wenn wir jetzt hier einen Test machen, WLAN einschalten, wir schauen mal, ob die schon da sind, genau, das ist 2,4 GHz, und das 5 GHz kommt jetzt gleich auch bestimmt, und, ja, da dauert immer ein bisschen, zapp, und nochmal an und aus, hier, wir verbinden uns, mit dem, ups, jetzt habe ich rausgeschaltet, äh, 2,4 GHz, ja, wahrscheinlich, ich verbinde mich jetzt mal zum Testen, hier, Passwort war, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, und weiter, verbunden, gespeichert, ok, wir sind schon verbunden, ja, das hat funktioniert, allerdings, die 5 GHz ist hier noch nicht zu sehen, das kann aber sein, vielleicht, vielleicht, dass wir die vergessen haben, zu broadcasten, kann das sein, wir gucken nochmal schnell nach, ja, so, ich komme, ach so, ok, das ist jetzt, äh, vielleicht, ok, wir löschen das jetzt einfach, irgendwie, manage, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es schon da ist, 2,4, ok, das ist nicht zu sehen hier, ach, doch, da ist sie, ok, das dauert einfach ein bisschen, einfach ein bisschen geduldig abwarten, der ist broadcastet, wir machen hier auch den Test, einfach, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7, 8, und das funktioniert auch, hoffentlich, genau, wir sind schon verbunden, und können unserem Access Point jetzt, voll nutzen, äh, genau, das sind erstmal die wichtigsten, ja, die Basics Einstellungen, die sind vollkommen ausreichend, für den Home Netzwerk vielleicht, oder kleine Büros, äh, das ist jetzt erstmal alles, was ich euch nochmal zeigen wollte hier, ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach ein Kommentar hinterlassen, liken nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, und abonnieren natürlich auch, ich freue mich jedenfalls, danke fürs Zuschauen, und, äh, bis zum nächsten Mal. Und, äh, bis zum nächsten Mal.